Willkommen nun zur zwölften thematischen Folge von Neuere Deutsche Literaturgeschichte Online. Sie ist dem Realismus gewidmet, derjenigen Stilepoche also, die sich aus der Romantik herausentwickelt hat und mehr oder weniger das ganze weitere 19. Jahrhundert prägt. Wie sich vor diesem Hintergrund der Realismus zur Romantik verhält, das kann einleitend der Vergleich zweier Gemälde illustrieren, die in ihrem zentralen Motiv übereinstimmen. Kaspar David Friedrichs »Frau am Fenster«, um 1820 entstanden, und Hans Thomas' Darstellung seiner Mutter ein halbes Jahrhundert später. Beide Male ist eine Frau vor einem Fenster zu sehen. Während es beim Romantiker aber auf den Blick ins Freie ankommt, indem man mit der in Rücken an sich gezeigten Person in die Landschaft hinausschaut, so konzentriert sich der Realist auf den Innenraum und lässt die Frau im Profil wahrnehmen. Das Sonnenlicht, das bei Kaspar David Friedrich außen vor bleibt, fällt bei Hans Thomas ins Zimmer herein und zeigt alle Kleinigkeiten in voller Deutlichkeit. Das geöffnete Glasfenster spiegelt in physikalisch korrekter Weise und auf dem Hausdach gegenüber ist sogar noch eine Katze zu erkennen. Romantische Sehnsucht und realistisches Bei-sich-Sein kontrastieren also einander. Und dennoch wohnt auch Hans-Thomas' Darstellung eine emotionale Intensität inne, die das realistische Gemälde noch immer als Gemüterregungskunst im Sinne von Novalis charakterisiert. Die entscheidende Differenz von Romantik und Realismus ist insofern darin zu sehen, dass vergleichbare Wirkungen mit unterschiedlichen Mitteln erzielt werden, wobei sich das Innovative am Realismus darin am besten fassen lässt, dass man seine künstlerische Strategie als eine Überbietung der Romantik begreift. Als Romantik unter erschwerten Bedingungen also, die ihre Effekte an einem Material gewinnt, dessen Realistik sich seiner Ästhetisierung scheinbar widersetzt. Was Novalis unter Romantisierung verstanden hat, wird dabei auf die Spitze getrieben. Die ästhetische Potenzierung des Gemeinen, das heißt des Alltäglichen, des Gewöhnlichen. Die entsprechende Grundidee lässt sie gut an einer berühmten Erzählung ablesen. Gottfried Kellers, Romeo und Julia auf dem Dorfe. 1856 in der Sammlung Die Leute von Seltwühler erschienen. Hier geschieht mit den Kindern von Schweizer Bauern das Gleiche wie in Shakespeare's Tragödie den Kindern veronesischer Adelsfamilien. Keller bricht diesen hohen Stoff auf reale Bedingungen seiner Gegenwart herunter und erzählt die Geschichte realitätskonform neu. Das ebenso traurige wie triviale Schicksal unbedeutender Menschen vom Land entfaltet nun freilich auch im niederen Milieu seine vollgültige Tragik. Entscheidend ist dabei, dass die Dichter des Realismus auf alles Übernatürliche verzichten beziehungsweise streng dem Kausalitätsprinzip folgen. Was immer erzählt wird, beruht auf nachvollziehbaren Zusammenhängen von Ursache und Wirkung und es bleibt daher logisch schlüssig. Stets erfährt man, warum etwas geschieht und immer könnte sich genau das Gleiche auch in der tatsächlichen Lebenswelt unter den bekannten Umständen ereignen. Trotzdem ist nicht zu übersehen, dass man es mit einer ästhetischen Stilisierung zu tun hat. Bei aller Übereinstimmung mit den Gegebenheiten des Alltags weichen die Kunstwerke des Realismus eben doch ab von der Empirie und sie erschöpfen sich keineswegs in der bloßen Nachahmung des Wirklichen. Gustave Courbet Steinhauer von 1849 beispielsweise zeigt ein Mann bei harter körperlicher Arbeit genau so, wie man in seiner Zeit tatsächlich hätte beobachten können. Die künstlerische Überhöhung des Banalen manifestiert sich aber darin, dass der Rücken des Arbeiters, der Hammer in seiner Hand und die hinter ihm liegende Schaufel parallele Linien bilden, in ihrer Anordnung also geometrisch motiviert sind. Diese durchaus natürlich erscheinende Konzeption ist insofern als Idealisierung zu begreifen und sie nähert Courbets Alltagsmotiv der hohen Gestaltung im Sinne klassischer Statuen an. Die Verwandtschaft zum Beispiel mit dem borgäsischen Fechter im Louvre beruht wohl kaum auf Zufall. Aber zurück zur realistischen Literatur. Als deren Leitmedium kann sicherlich die Erzählprosa gelten und als besonders geeignete Gattung dabei die Novelle, die gleich noch ausführlicher zur Sprache kommen wird. Die charakteristischen Techniken des Realismus finden sich freilich auch in der Lyrik, wie etwa an Theodor Storms »Die Stadt« von 1852 zu sehen ist. Die ersten beiden der insgesamt drei Strophen, je fünf in durchaus raffinierter Schlichtheit gereimte Verse, rufen das Bild einer an sich reizlosen Stadt in karger Umgebung auf. Die dritte Strophe zeigt dann umso mehr, wie in der Dichtung des Realismus Stimmung erzeugt wird. Indem das sprechende Ich seine längst verlorene Jugend erinnert, taucht es »Die Graue Stadt am Meer« ins warme Licht der Wehmut und verleiht ihr ganz ausdrücklich denjenigen Zauber, der ihr als solcher gar nicht eignet. Ein allgemein verbindliches Initiationsereignis zu benennen, mit dem in der deutschen Literatur der Realismus begonnen hätte, ist weder möglich noch erforderlich. Allzu diskret hat sich das innovative Konzept aus den Konventionen der Romantik herausentwickelt und Goethe's dritter Roman »Die Wahlverwandtschaften« von 1809 lässt sich ebenso bereits als realistisch organisiert erläutern, wie etwa Eichendorfs »Ahnung und Gegenwart« 1815 veröffentlicht. Den Übergang von der Romantik zum Realismus illustriert aber vielleicht am besten Ludwig Thieks des Lebensüberfluss, weil sich diese 1837 fertiggestellte Novelle das Romantisieren des Alltäglichen ganz bewusst zum Thema macht und man sie insofern als poetologische Erzählung lesen kann. Dass die Eigenart realistischen Erzählens übrigens lange vor der bürgerlichen Revolution von 1848 schon weitgehend ausgebildet war, das belegen darüber hinaus zum Beispiel Adalbert Stifters erste Erzählungen, beginnen mit »Der Kondor«, bereits 1834, 1835 entstanden und 1840 in einer später noch einmal gründlich überarbeiteten Journalfassung publiziert. Das allen Künsten des Realismus gemeinsame Charakteristikum hat der Maler Karl Spitzweg 1836 in einem Brief an seinen Bruder Eduard zum Ausdruck gebracht. Jede Linie mit Verstand, alles durchdacht, das Uninteressante interessant. Was damit gemeint ist, das sieht man zum Beispiel an seiner ironischen Darstellung eines Witwers, der in einem öffentlichen Park der verstorbenen Frau nachtrauert und doch auch schon wieder einen Blick für junge Passantinnen hat, die ihm natürlich unerreichbar bleiben, auch wenn die eine ihm einen flüchtigen Seitenblick schenkt. Alle Betrachter verstehen diese anzügliche Szene sofort. Der Erzähler und Philologe Otto Ludwig, von dem auch der Begriff »Poetischer Realismus« stammt, erklärt die Möglichkeiten des Realismus mit dem poetischen Potenzial der Wirklichkeit selbst, das es durch die künstlerische Gestaltung herauszustellen gilt. Es liegt wahrlich eine große Quantität Poesie auch in dem wirklichen Leben unserer Zeit. Genauer beschreibt Otto Ludwig die Verfahren des Realismus als Stilisierung. Poesie der Wirklichkeit. Die nackten Stellen des Lebens überblumend, die an sich poetischen nicht über die Wahrscheinlichkeit hinausgehoben. Das Reizlose wird also überdeckt, das an sich schon poetische hingegen intensiviert. Nicht um Kopien der Wirklichkeit geht es demzufolge, sondern um Kunst. Um Kunst, die sich ihr Material aus der Lebenswelt holt, um es nach ästhetischen Prinzipien umzugestalten. Oder mit einem Wort. Der Realismus ist in Wahrheit gar nicht realistisch, sondern idealistisch. Otto Ludwigs Formel vom »Poetischen Realismus« ist nichts anderes als ein Pleonasmus, da der Realismus als Kunststil ja per se poetisch ist. Folgende Merkmale des Realismus lassen sich demgemäß feststellen, keineswegs allein in der Literatur. Die Durchschnittlichkeit der Stoffe bzw. Motive. Dargestellt werden Menschen aus der bürgerlichen Mitte der Gesellschaft in Konflikten, die als gewöhnlich oder normal gelten können, die also tatsächlich vorkommen und gut verständlich sind. Das gesamte Geschehen ist insofern realitätskompatibel, als es jeweils dem Kausalitätsprinzip folgt und bei allem Zufall nichts enthält, was wirklich unmöglich wäre. Dazu gehört ganz entschieden, dass die Handlungen entweder ohnehin in der zeitlichen wie räumlichen Gegenwart spielen oder wenigstens durch eine Rahmung in die Gegenwart hereingeholt werden. Die Poetisierung bzw. Stilisierung schließlich geschieht in der Regel durch das Mittel der Symbolik. Ein ganz normaler Sachverhalt, wie etwa das Verhalten eines Tieres oder das Wetter, hat im Rahmen der Darstellung einen Mehrwert, der ihm in der Realität nicht zukommt, im realistischen Kunstwerk aber kalkulierte Bedeutung trägt und dadurch für die erforderliche Artifizialität sorgt. Als die anspruchsvollste, weil leistungsfähigste Gattung hat sich vor diesem Hintergrund die Novelle erwiesen, die im Verlauf des 19. Jahrhunderts namentlich von deutschsprachigen Autoren als besonders kunstvolle Art des Erzählens in Prosa weiterentwickelt wird. Die spezifische Qualität der Novelle sieht Theodor Storm in einem Brief vom 21. Januar 1868 darin, dass sich eine strikt realitätskonforme Geschichte in poetischer Schönheit ausgestalten lässt. Was damit gemeint ist, zeigt Storms Immensee auf geradezu prototypische Weise. Die zuerst im Volksbuch auf das Jahr 1850 für die Herzogtümer Schleswig-Holstein und Lauenburg erschienene, dann 1851 nach gründlicher Überarbeitung in den Sommergeschichten und Liedern von Theodor Storm neu veröffentlichte und schließlich 1852 auch in einer Einzelausgabe herausgebrachte Novelle weist all die Merkmale auf, die für die novelistische Prosa des Realismus typisch sind. Neben der konsequenten Potenzierung durch Symbolik ist das in erster Linie die sogenannte Rahmung, die den eigentlichen Erzählstoff gewissermaßen in eine Klammer setzt, indem sie eine vergangene Binnenhandlung von der aktuellen Rahmenhandlung abtrennt. Insofern geschieht das Entscheidende nicht mehr, sondern wird als Vergangenes nur noch nacherzählt, buchstäblich als Geschichte. Mehr als um das Erzählte geht es daher oft um das Erzählen selbst, und dessen Möglichkeiten um Grenzen, um Glaubwürdigkeit und Erfindung. Die Binnenhandlung von Theodor Storms Immensee reicht weit hinter die Erzählgegenwart zurück und ruft in mehreren Etappen den Verlust einer Kinder- und Jugendliebe ins Gedächtnis. Reinhard und Elisabeth sind offenbar von Anfang an füreinander prädestiniert gewesen und dennoch kein Paar geworden, weil Elisabeth anstelle des dichterisch begabten Reinhard den Fabrikanten Erich geheiratet hat. Die Rahmenhandlung wird unter der Kapitelüberschrift Der Alte eröffnet. Ein alter, offenbar gutbürgerlich situierter Mann kehrt in sein Haus zurück. Bezeichnenderweise an einem Spätherbstnachmittag, weil diese Tageszeit zugleich als Metapher für die entsprechende Lebensphase zu lesen ist. Wie auch in Storms Gedicht Die Stadt steht damit das Motiv der verlorenen Zeit im Vordergrund. Aus der Abgeklärtheit des Alters kann auf die Wirren der Jugend zurückgeblickt werden. Eben das begründet den Übergang von der Rahmenhandlung in die Binnengeschichte. Dem alten Mann kommt ein Gemälde vor die Augen, das in ihm die Erinnerung an Elisabeth wachruft und unwillkürlich fühlt er sich in seine Kindheit zurückversetzt. Was dann mit Zeitsprüngen aus Reinhards frühen Jahren zu erfahren ist, wird jedoch nicht in der subjektiven Form einer Ich-Erzählung vorgeführt. Die Binnenhandlung von Imsee ist vielmehr als Nacherzählung von Reinhards Erinnerung zu verstehen, weshalb der eben doch auch subjektiven Darstellung nicht in jeder Hinsicht zu trauen ist. Das erste Erinnerungsbild führt in die Kindheit zurück, als Reinhard zehn Jahre zählt und Elisabeth fünf. Die Kinder haben einen Ferientag im gemeinsamen Spiel verbracht und schon da deutet sich an, dass sie kein Paar werden können. Bezeichnenderweise will Reinhard ja für Elisabeth und sich ein Haus improvisieren, aber es gelingt ihm zu spät. Elisabeth geht da schon einen anderen Weg. Noch weit eindeutiger ist die sieben Jahre spätere Episode, als Reinhard zur weiteren Ausbildung die Stadt verlassen muss. Bei einer Langpartie verspricht er, Elisabeth im Wald zu besonders schönen Erdbeeren zu führen, er findet aber keine und nur mit Mühe gelingt es beiden, den Wald wieder zu verlassen. Da Erdbeeren ein bekanntes Erotiksymbol sind, ist die Botschaft dieses frühen Scheiterns offensichtlich. Reinhard wird Elisabeths Gatte nicht werden. Dass er ihr aus der Ferne nicht die versprochenen Briefe schreibt, dafür aber andere Frauenkontakte hat, bestätigt das ebenso wie zahlreiche weitere Symbole. Als Reinhard schließlich als junger Erwachsener zurückkehrt, ist Elisabeth mit Erich verheiratet. Reinhard hält sich eine Weile bei dem Paar auf und liest an einem Abend aus eigenen Dichtungen vor. Darunter ein Lied mit der beziehungsreichen Anfangszeile »Meine Mutter hat's gewollt«. Von den Zuhörern wie von den Lesern muss das als seine Deutung der Dreiecksgeschichte verstanden werden, bleibt als Erklärung für Elisabeths Entscheidung für den ebenso wohlhabenden wie verlässlichen Erich aber durchaus fragwürdig. Eine gemeinsame Kahnfahrt auf dem Immensee scheint Reinhard immerhin zu bestätigen, dass Elisabeth in ihrer Ehe mit Erich nicht glücklich ist. Was Reinhard als Ausdruck geheimen Schmerzes wahrnimmt, braucht den Tatsachen aber nicht zu entsprechen. Zu sehr kommt es den Gefühlen eines Liebhabers zu Pass, der vielleicht aus eigener Schuld von einem Konkurrenten verdrängt worden ist. Besonders an dieser Stelle erweist sich die paradoxe Erzählstrategie als ästhetisch zweckmäßig. Dass Reinhards Geschichte in der dritten Person erzählt wird, suggeriert eine Objektivität, die der tatsächlichen Subjektivität der Erinnerung widerspricht und die Lektüre auf diese Weise buchstäblich interessant macht. Man identifiziert sich beim Lesen umso mehr mit Reinhards Sichtweise, die von der Handlungslogik her jedoch zumindest relativiert wird. Danach wird der Rahmen geschlossen. Der alte Mann bzw. Reinhard hat wieder in seine Gegenwart zurückgefunden und er widmet sich Büchern, so wie er sich ja auch schon in seiner Jugend mehr mit Liedern und Märchen beschäftigt hat als mit Briefen an Elisabeth. Soviel zur Literatur der Romantik. Vom Ende des 18. Jahrhunderts bis ins späte 19. Jahrhundert hinein. Kurz vor 1900 wird sich dann ein neues, nachdrücklicheres Bewusstsein von Moderne bemerkbar machen, das demzufolge einen weiteren Epocheneinschnitt nahelegt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017